Wir bedanken uns ganz herzlich für euer Kommen. Jetzt muss ich kurz umdrehen. Und ich bedanke mich bei euch allen, für's mit tun, für's immer da sein, für's mitmachen. Wir wollen das schon beibehalten, auch wenn uns im Wetter nicht immer ganz gekommen ist. Aber es ist ein wunderbarer Weihnacht ist, dass man im ganzen Land Pirol mit zwei Genönern, der F und der B-Tuber ganz, ganz tolle Lieder spielen kann. Ich habe den Kopf verholt. Und ich bedanke mich bei euch. Danke.